Unter Dysaurie verstehen wir Brennen beim Wasserlassen. Die häufigste Ursache einer Dysaurie ist die Blasenentzündung der Frau. Andere Ursachen für Dysaurie können sein eine Prostatavergrößerung beim Mann, können chronische Entzündungen sein, Steine in der Harnröhre, Steine in der Blase oder hinter einer Dysaurie. Und das ist auch wichtig, kann sich auch ein Blasentumor verstecken. Deswegen anhaltende Dysaurie trotz antibiotischer Therapie sollte immer mittels Zysoskopie abgeklärt werden. Untertitelung des ZDF, 2020